Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von TeleBlocher. Letzten Sonntag, ich weiss nicht, ob Sie die Zeitungenamen gelesen haben, haben mir doch alle gestaunet. Das hat sie gesehen. Ich muss es gleich zeigen. Sonntagszeitung. Blocher schlägt die Höhe vor einem Kompromiss mit der EU zu. Und dann hat es noch die Zeitung aus dem Aargau. Schweiz am Sonntag steht, Zuwanderung. SVP ist bereit, auf Kontingente zu verzichten. Mit einem Interview mit ihrer Tochter. Ist das jetzt ein familiärer Krach? Nein, wir haben gelacht. Aber es ist ein Widerspruch, oder? Ja, Titel schon. Das ist lustig. Also zuerst, ich lese auf Sonntag-Zeitungen nicht, aber ich habe natürlich am Sonntag von dem gehört. Und ich habe es nachher auch voll am Ende gelesen. Also, zuerst habe ich gesagt, ja, das ist jetzt mal Pressevielfalt. Der eine schreibt das Gegenteil vom anderen. Und dann habe ich auch geschaut, von woher das kommt. Jetzt ist es typisch, wie das geht in der Zeitungslandschaft. Die Zeit in der Schweiz am Sonntag, da hat sie ein Interview gemacht mit meiner Tochter. Das ist so unternehmerisch, politisch. Aber schon längere Zeit hat sie das gemacht, nicht erst vor dem Sonntag. Also längere, vor zwei Wochen. Jawohl, jawohl. Und sie hat als Industrielle und Politiker gesagt, das Problem von der Personenfreizügigkeit. Und in dieser Initiative heisst es ja, wir müssen rasant die Zuwanderung, das ist die, die einwandern, minus die, die auswandern, also die, die da bleiben. Das ist die Zuwanderung, das müssen wir senken. Und gleichzeitig aber die Leute, die wir brauchen im Arbeitsprozess für die Wirtschaft, für die Töller und so weiter, die sollte man können bekommen, wenn man keine findet in der Schweiz. Und jetzt muss man wissen, wie man das umsetzen sollte. Er hat Zeit geredet. Und ich war parallel, bin ich angegangen worden von der Südingszeitung. Entschuldigung, ja. Das ist die von der Diamedia-Verlage. Und dann kam mit dieser Frage, wie es da in diesem Titel steht. Hey, wir haben gehört, die SVP gebe ich nach. Und weil kein Kontingent, also keine Höchstzahl. Das Gegenteil von dem, die in der Initiative stehen, oder? Ich habe natürlich sofort den Ratten geschmückt. Da habe ich gesagt, woher haben Sie das? Ja, das können Sie nicht sagen. Ich habe natürlich sofort gemerkt, was da in diesem Heifenspick in der Politik läuft. Das sind andere Parteien, wahrscheinlich von der Freisinnigen-Seite, die das denen gesteckt haben. Also der Freitenschurnalist, oder? Ja, ja. Nicht nur der, auch noch die dritte Zeitung hat auch noch angerufen. Und dann schrieb ich, ich habe mich an den Leuten, ich höre nicht an mich an. Aber ich habe eine E-Mail geschickt, oder? Ich habe gesagt, da wird etwas basteln. Aber meine Tochter hatte ihr das Interview schon lange abgegeben. Das ist ja schon vorbereitet. Ich habe gesagt, es hat ein Ähnliches gemacht im Le Matin. Und dann habe ich natürlich da Gegenstück gegeben. Weil man spricht ja von Handeln mit der Industrie. Immer mit dem Ziel, eigenständig reduzieren, welche Mittel. Und da sieht man jetzt, dass der Inländervorrang muss statuiert werden. Das ist wahrscheinlich gegen die EU-Willen. Aber wir müssen ja mal sagen, was wir wollen. Und jetzt spricht man darüber, wie man das mit diesen Kontingenten macht. Und da spricht man natürlich darüber und sagt, ja, das könnte man so machen und anders machen. Und dann habe ich gesagt, hört, wir wissen nicht, wie man das machen kann ohne Kontingent. Und wir halten an dem fest, was die Verfassung hat. Also diese Linie. Und meine Tochter hat gesagt, sie ist wörtlich gut fassbar. Sie hat gesagt, wenn man den Inländervorrang hat, muss man aber bei Stachel-Zuwanderung auch noch Kontingenten und Höchstgrenzen haben. Und der andere hat geschrieben, nur, das ist nicht das Gleiche, oder? Auch nicht im Interview, aber. Und der hat jetzt einfach oben als den Titel genommen. Das ist natürlich die Zeitung vom Aagauer Zeitung Verlag. Und wir wissen, wo aus dem Kanton der Freisinnig Philipp Müller kommt. Also Sie glauben, er ist der? Ja, es glauben er, er und andere haben das umeinander geschnurrt. Und jetzt gibt es zwei Widersprüche. Aber wenn man das Interview liest von meiner Tochter, habe ich keinen Widerspruch gesehen. Aber gleich ist es ja, könnte es nicht sein, dass Ihre Tochter, die voll im Erwerbsleben steht als Industrielle, dass sie eine ganz andere Auffassung hat, als sie zum Beispiel, wo er ein bisschen weiter weg ist jetzt. Natürlich, nein, keine andere Auffassung. Auch ich habe immer gesagt, ich als Industrielle, mir Passpersonenfreizügigkeit unter 500 Millionen Leute auslesen. Das ist natürlich einfacher als bei 8 Millionen. Und wenn man einen ausgetrechneten Arbeitswert hat, kommt man bessere und billigere Leute rüber und kann man so viel nehmen, dass man will, und die schlechten kann man wieder weg tun. Aber volkswirtschaftlich, und das sieht sie auch ein, und das sehen alle weinblickende Industriellen ein, so geht es nicht. Und früher war das alles selbstverständlich, ich war noch ein kleiner Sekretär, bei der Rems Halbtags, weil ich ja eine Dissertation geschrieben habe. Ja, oder, Ende der 60er Jahre, da bin ich als Sekretär mit dem Gründer, mit dem Oswald, einem Industriellen, oder, Gründer der Firma, dann mit dem Herr Schäfer, das war der Präsident der Bankgesellschaft, also, da hat es auch nicht UBS geheissen, dann mit dem Büheler-Ruzwill, also Industriellen, sind das gewesen, oder, sind wir beim Bundesrat gewesen, da ist der zuständig, ist der Bundesrat Judi, ein SP von Basel, und zu sagen, hört ihr, das geht nicht mehr so mit der freien Einwanderung. Das gibt eine Stimmung in unserem Land, und in den Firmen, wir müssen eine Beschränkungsmassnahme machen. Und dann hat Judi gesagt, ja, aber ihr wollt ja das nicht, hat er gesagt, ja, wir wollen es an sich nicht, für uns ist das vergeblich, aber wir müssen einfach das Land schauen, das geht doch nicht, und dann ist ja die Dings gekommen, die Schwarzenbach-Initiativen, und die wäre auch durch, wenn der Bundesrat da nicht Beschränkungen gemacht hätte. Jetzt, wenn ich mich als Industriellen, als Unternehmer fragen, wollen sie das beschränken, nein, nein, viel besser. Wir fragen aber sie, schauen sie mal die Volkswirtschaft an, meinen sie nicht, die Restriktionen müssten in Kauf nehmen. Und das ist der Konflikt, der hier aufbricht. Aber darum sage ich immer, hat mir letztes Jahr noch ein veranstalteter Direktor von der Swissmime gesagt, sie hätten Umfragen gemacht bei den Unternehmen. Wollen sie, dass man Personenfreizügigkeit aufhebt? 78% sagen, nein, das wollen wir nicht. Da habe ich gesagt, ich wäre auch noch bei diesen 78%, wenn sie mich gefragt hätten. Wir wollen das an sich nicht, aber wir müssen sie in Kauf nehmen. Und jetzt langsam fangen die Zartage auf der Wirtschaftsseite, darum reden wir ja mit denen. Weil wenn man das nicht macht und bei dieser Kalamität, darum sind ja die SP für den freien Personenverkehr, dann kommen sie den Arbeitsmarkt in die Hand rüber. Und das sind die sogenannten flankierenden Massnahmen. Dann kommt Kündigungsschutz und alle Treiben, die ja die Länder kaputt macht, wirtschaftlich. Das sehen sie jetzt in Frankreich. Frankreich, da kommen wir ja nicht mehr zum Dreck aus. Jetzt wollen sie etwas aufheben. Also 5-3 Stundenwoche, die ja. Aber es ist ja noch interessant, also der unbeteiligte Bürger hat ja das Gefühl, es ist mal abgestimmt worden, vor zwei Jahren, 2014. Und irgendwie alle diskutieren, wie es geht. Es steht ja in der Verfassung. Eigentlich könnte sie nichts mehr sagen, oder? Es ist in der Verfassung... Ja, nein, man muss es natürlich noch ausführen. Mit dem Gesetz, das ist ja immer so. Aber es steht in der Verfassung, was man machen muss. Aber die wollen es nicht machen. Und da sind wir beim nächsten Problem. Man nimmt die Verfassung nicht mehr ernst. Also überall sehe ich das. Die Verfassung wird nicht ernst genommen. Darum reicht mir die Selbstbestimmungsinitiative ein, die heisst, die schweizerische Verfassung geht vor. Aber jetzt, nicht mehr ernst nimmt die Verfassung den Bundesrat und die Verwaltung. Die schleppen es von sich hin, bis die Zeit abgelaufen ist und dann hat es nichts. Dann das Parlament und jetzt auch noch das Bundesgericht. Das Bundesgericht hat gesagt, wenn ich ein Gesetz mache, das den Vertrag, den wir haben mit der EU, abweicht, dann berücksichtigen wir nicht das Gesetz. Sondern dann den Vertrag, der steht über der Verfassung. Trotzdem sagt die Verfassung etwas anderes. Dann nehmen wir den Vertrag. Und wir können dann nicht schreiben, was wir wollen. Es wird dann doch nicht durchgesetzt. Und da haben wir eine Krise. Wir haben eine Verfassungskrise. Aber das ist ja heute so. Mit so moralischen Grundsätzen kann man immer die Verfassung wegsetzen und sagen, das steht schon in der Verfassung. Aber es ist auch etwas unverhältnismässig. Und ja, das steht schon in der Verfassung. Aber wir haben eben noch eine Abmachung mit dem anderen. Es gibt immer einen Grund, warum man die Verfassung nicht einhalten muss. Wenn wir noch ein Thema wechseln. Peter Bodermann, ein alter Gegenspieler von Ihnen, hat ja in der Weltwoche geschrieben. Ah, das sei jetzt so ein typischer Vater-Tochter-Konflikt. Wie man in Frankreich hat Le Pen und seine Tochter Marie Le Pen. Ja, also, zuerst muss man mal sagen, der Bodermann ist auch einer von denen. Der schreibt das ganze Leben, hat der sich konzentriert gegen Blocher und SVP. Aber das ist ja noch schön, oder? Wenn Sie jemanden immer beobachten. Ja, er ist nicht der Einzige. Aber einen berühmten, der es gemacht hat. Ja, ja, gut. Der andere ist der Frank Kameyen vom Ding. Der hat auch einen ununterbrochen. Der ist auch Winzki ununterbrochen. Mit dem kann man ja leben. Und er gehofft, hat natürlich sofort gedacht. Ja, ist da ein Konflikt zwischen Tochter und Vater. Ich sehe ihn kennen. Aber Sie müssen ja sehen, die Tochter ist also eine selbstständige Person. Eben, die kann man ja eine andere Meinung haben, oder? Ja, natürlich. Ein Haufen Mal. Wo zum Beispiel? Ja, ich meine... Es ist ja klar, es ist ja eine Tochter von einem. Wenn es eine Vorstellung in der Pubertät, dass es hier alles gibt und so weiter. Und auch später und auch jetzt. Politisch, aber auch politisch hat sie... Das ist eine andere Sicht vielleicht, ja. Also es ist jetzt keine schwerwiegende. Aber es ist bis jetzt nicht aufgetaucht. Aber es könnte ja sein. Sie zum Beispiel sagt, also industriell müssen wir jetzt das machen. Und da muss jetzt die Öffentlichkeit im Hintergrund stehen, oder? Sie leitet das Gewicht ein bisschen anders. Kann ja sein, oder? Aber... Und dann? Wegen diesem haben wir doch keinen Konflikt. Das wäre ja ein absoluter Blödsinn, wenn Sie auf Bern gehen und es gleich vertretten wie ich. Also für eine Partei braucht es das nicht, oder? Und... Aber in der Grundausrichtung ist sie natürlich voll Wiener Meinung und die Meinung der Partei. Da wäre sie ja nicht dabei. Interessant ist ein Punkt, vor allem in diesem Artikel, der immer wieder kommt bei dieser Massen-Einwanderungs-Initiative. Eigentlich wollte die SVP die Initiative gar nicht gewinnen, sondern einfach ein gutes Resultat machen und dann die Frustrierten, wie sie nicht angekommen sind, für die kommenden National- und Ständerortswahlen zu mobilisieren. Ja, das ist auch eine Theorie von Bodenmann. So denken die. Da sieht man ja, wie die denken. Wer noch nie auf die Idee gekommen ist, jetzt machen wir Initiativen, um verlieren und dann die Frustrierten abzuholen. Also... Die Versuchung kann da sein, wenn man eine ganz kleine Partei ist, kann ja das sein. Kann das ja eine Masche sein. Aber sicher nicht von der grössten Partei. Und ich kann... Ich soll mir einer sagen, wo... Dass ich eine Initiative vertreten habe nach aussen, die ich gefunden habe, man will verlieren. Es stimmt. Als Bundesrat haben Sie das vielleicht einmal gemacht, oder? Also... Ja... Ja... Bei dem Bundesrat bin ich angetreten, obwohl ich weiss, dass ich verliere. Aber die Rechnung ist einfach die gewesen, wir stellen uns zur Verfügung. Weil sonst wäre der Vorwurf gekommen, sich kritisieren, machen die Opposition und stellen sich nicht einmal zur Verfügung. Und ich bin dann am Schluss ja eigentlich wieder erwartet gewählt worden. Nein, aber als Bundesrat mussten Sie sicher Sachen vertreten, die Sie auch innerlich anderen meinen? Ja, das schon. Weil ich ein Amt hatte und das Amt heisst, Sie vertreten den Gesamtbundesrat. Selbst wenn ich... Also ich habe ja grosse Blödsinn vertreten müssen. Zum Beispiel den ganzen Schengen-Döblin. Ich musste das auch vertreten und bekämpft. Das weiss man ja heute im Bundesrat. Und ich fand, es sei ein Blödsinn und es zeigt sich nicht so, was für ein Blödsinn das ist. Aber ich musste sagen, aus diesem und diesem Grund ist der Bundesrat dafür. Und dann merkt man nicht, ob ich dagegen bin oder nicht, oder? Und das ist halt die Schwierigkeit. Man könnte es schon noch besser machen. Ich bin der Meinung, man sollte als Bundesrat hier sagen können. Die Mehrheit des Bundesrats ist dieser Meinung, obwohl ich dagegen war, aber das gilt jetzt, wie er so geschlossen hat. Das wäre viel ehrlicher, oder? Als hier etwas vertreten und so tun, als hätte man auch die Überzeugung. Machen wir noch einen Themenwechsel zu einem grossen Thema, das diese Woche, wir haben es die letzte Woche angetönt. Das war natürlich der Gotthardtunnel. Haben Sie es am Fernseh ein wenig verfolgt? Nein, aber ich habe ja nach einer Zeitung gelesen. Ich war also nicht da. Das haben wir gewusst, oder? Ja, ja. Ich habe schon gewusst, das ist ja die Vier vor allem von den Politikern. Es hat plötzlich sehr viele Tunnelbauer gegeben, oder? Ja, man hatte das Gefühl, die Bundesröte hätten jeden Stein selber zum Tunnel ausgetragen. Wahrscheinlich ein paar Leute mit ihrem schönen weissen Gewand hier, oder? Hat sie nicht gefallen? Ja, das habe ich am meisten gelesen. Ja, das wäre mir nicht gefallen. Ich glaube, sie hat den Effekt erreicht. Man hat davon gesprochen. Aber Ihre Frau läuft jetzt wieder so rum, oder? Nein. Aber die Frau hat ja verschiedene Mode, oder? Aber es ist ja, glaube ich, sehr Mode schätzig, oder? Und, ähm, es ist interessant, also eben ich vom Leser, also zuerst einmal, der Gotthardt im Grund genommen wird jetzt der Mythos, wo die gleiche, die sie eingeweiht haben, während die Jahre bekämpft hat, wird wieder einer, oder? Also, das ist ja ein grosser Mythos, ist jetzt gemacht worden. Oder mir gefällt das, weil der Gotthard hat das auch verdient. Und der Mythos, das ist ja ein, äh, wie eine Sage, ein tieferes Wort. Aber das ist nicht die Realität, weiß man, oder? Und der Gotthard hat viele solche Tiefe in den Bruggebäufen und so. Dann hat er eine alte Gotthard. Dann wird der Gotthard genannt panicной verbinden mit der Gründung der Eingennossenschaft. Er redet wie während des Zweiten Weltkrieges, eine ganz bedeutungsvolle Strategie. Und jetzt alles, was Auto und Züge sind, ist einfach die kürzische Nord-Süd-Verbindung, weil das ist der einzige Ort, wo man nur durch ein Ding durchgeht, durch eine Bergkette. Es ist einfach, oder? Und jetzt geht man also unten durch, längst in die Tunnel der Welt und so weiter. Und alle gehen jetzt in den Grottart, das hätte mir an sich gefallen. Jetzt zu diesen Vier. Also so bedeutungsvoll ist der Tunnel auch wieder nicht, wie man jetzt hier durch hat. Also das grosse Völkerverbindende zwischen den EU-Ländern. Und das erste Mal haben sie gesagt, die Schweiz liegt ja so im Herzen Europas. Das wissen wir schon lange. Das haben wir schon beim EWR gesagt. Wir gehören zu Europa, aber nicht zur Europäischen Union. Also der Konflikt bleibt ja. Aber jetzt, ein Gotthardtunnel nützt ja alleine nichts. Der muss ja die Züge befördern. Und die fallen ja nicht im Kanton Uri. Die fallen auf den Boden runter und dann gehen sie in den Tunnel und steigen wieder in die Luft. Sondern wir können weiterfahren. Alles hat Europa mit uns abgeschnitten. Die haben einen Verkehrsvertrag gemacht. Die müssten im Süden den Anschluss gewährleisten. Wo die Schweiz zahlt, oder? Ja, jetzt. Wenn sie es nicht machen, die Italiener, zahlen wir noch. Jetzt bauen wir noch den Italiener diese Bahnlinie. Also an die Grenzen an, oder? Aus Mailand, ja. Und der Norden ist nicht besser. Deutschland hat das auch nicht gemacht. Die kleine Schweiz, ausserhalb der EU, baut natürlich den ganzen Lagen einen 11 Milliarden teuren Tunnel. Und hat im Vergleich zu den ausländischen Grossbauten gekostet. Also praktisch nicht überschritten. Das hat einer in den Frankfurter Allgemeinen einen guten Artikel geschrieben. Und gesagt, also ausgerechnet die kleine Schweiz kann so grosse Tunnel bauen. Und hat erst noch die direkte Demokratie, die man sagt, die verhindert immer alles zusammen, was man bauen sollte, mit der direkten Demokratie. Wir haben zweimal abgestimmt darüber. Zuerst, weil man gemeint, die Kosten seien so gross. Und dann hat man gemerkt, die sind höher in der Planung aber noch. Dann hat man noch einmal abstimmen müssen. Und die Schweiz hat das gemacht. Und hat auch gesagt, wir zahlen selber. Was ja nicht selbstverständlich ist. Und hat noch einen Vertrag gemacht, dass sie für 300 Franken pro Lastwagen dauern können. Aber die Vollkosten für einen Lastwagen sind etwa 900 Franken. Also, die haben einen guten Vertrag. Das ist ja auch der wichtigste bilaterale Vertrag, den sie haben. Darum lassen die die auch nicht fallen. Und jetzt sind... Also wenn die Anschlüsse nicht kommen... Eben, dann ist das einfach ein bisschen... Ja, weil... Denkpässe bestimmen, ob die Linie geht. Wenn es zwischendrin einen Engpass hat und dort die Zeug nicht durchgehen können. Weil es keine Scheine hat. Nützt das nichts, wenn sie einen tollen Gotthard durchnehmen, wo sie mit 200 Kilometern durchflitzen können. Und jetzt wollen wir schauen, was die EU-Länder da bieten. Sie haben ja viel versprochen. Aber so vage... Also, Renzi sollte gesagt, ich habe es in der Zeitung gelesen, wir geben uns alle Mühe... Aber wir brauchen nicht einen, der sich Mühe gibt. Sondern was macht. Und Frau Merkel hat auch gesagt, wir haben ja einen Anräumen dafür. Wir sind ein... Wobei wahrscheinlich das Versprechen aus dem Norden zuverlässer ist als das aus dem Süden. Aber es ist ja auch gleich interessant... Man hat in den ganzen vier... Eigentlich die Hauptakteure gar nicht gesehen. Nämlich den Arbeiter. Ja. Es war ja noch ein grosses Festspiel gewesen. Ja. Wo man Arbeiter gespielt hat, oder? Ja. Und dann Arbeiter auftreten. Aber das sind keine Arbeiter... Das sind Schauspieler gewesen. Das waren Schauspieler, die sich ganz armen. Ich habe für mich unverständlich, dass der Regisseur, der ja an sich ein guter ist... Also ich habe noch die Welttheateraufführung gesehen. Die sind beeindruckend gewesen. In Heiseidlen, oder? Aber hier jetzig. Wieso hätte ich jetzt 600 Arbeiter hier über die Bühne marschieren lassen können? Aber die echten? Das wäre ja gut gewesen. Jetzt sind die verkleidet. Und auf dem Foto, das ich gesehen habe, sind es die meisten Frauen. Da haben noch nicht vor allem Frauen gearbeitet, die in dem Gotthardinnen. Also Gleichberechtigung in ihren. Aber wenn wir ja Arbeiter zeigen, wenn es halt 90% der Arbeiter sind, dann sind es halt... Also... Wenn es gut sind, werden sie sagen, ja, da hätten es auch andere Sachen gehabt. Die Positionen und Planungen und so weiter. Aber da... Ja, da musste ich auch ein bisschen achten. Ich habe gesagt, wegen der Wahrnehmung. Und äh... Es schärbelt ihnen ein bisschen. Und sie ist natürlich vor allem auch eine glorifizierung von den Politikern, oder? Und Politiker sind ja auch wichtig, aber die Hauptleistung. Und das ist jetzt der positive Teil. Also Ingenieure und die, die hier so seriös arbeiten... Es ist gewaltig, oder? Es ist ja gewaltig, wobei man muss ja aufpassen. Man weiss noch nicht, ob es so gewaltig ist. Es ist man immer auch. Die vier ist mir ein bisschen vorgekommen. Wie bei der Titanic, oder? Also gerade so härter? Ja, weil... Das ist ein unglaubliches Weltereignis gewesen. Das bricht mit der ganzen Vergangenheit jetzt da... Tief unten, 40 Grad rein. Durch das Gestein, alles tiptop, 200 Kilometer kannst du durchfahren. Ich hoffe, dass das nicht geht über die Titanic. Die hat mir gesagt, die kann nie untergehen. Die kann nie etwas passieren. Darum hatten sie noch zu wenig Rettungsboote für die... Für die... Für die... Für die... Für die... Es geht sowieso nicht unter. Ich hoffe, dass das auch so ist. Also... Ich hoffe, dass das auch so ist, wie die gesagt haben. Nämlich, dass das Bauwerk dieses Jahrhundert ist und funktioniert. Ich war halt immer auch als Industrielle bei jeder Fabrik. Freude am Einweilen, aber sagen... Hoffentlich passiert nichts. Aber ist die Frage jetzt ein bisschen anzaubert? Die Schweizer haben ja so viele Erfahrungen mit Tunneln. Es gibt ja so viele Tunnel in der Schweiz. Man weiss ja, dass... Also gut, in dieser Tiefe und in dieser Länge haben wir noch keine Erfahrung. Auf der ganzen Welt nicht. Zweitens... Ich sage ja nicht, dass es ein Ding ist. Es ist mir die pompöse Feier. Ist mir einfach immer das in den Sinn gekommen. Oh, was hätte die Entscheidungen... Aber jetzt würde die Klimapolitik die EU ja auch. Ist ja auch so eine Konstruktion. Was haben wir doch? Die EU... Lecker, die man den Euro eingeführt hat. Alle mit Feuerwehr und so weiter. Ich bin halt immer ein bisschen vorsichtig. Hoffentlich... Verhebt das. Aber ich traue es den Ingenieuren zu, dass es verhebt. Aber man weiss es nie sicher. Also ich glaube nicht... Das ist nicht selbstverständlich, meinen Sie? Nein, das ist nicht selbstverständlich. Das wissen aber die Ingenieuren auch. Die haben dann nicht so gejubelt. Wenn Sie mal schauen, wie die vorsichtig reden, über das... Ja, das ist ja eine... Große Abend. Nein, nein. Wir glauben nicht, dass da etwas passieren kann. Aber im Hintergrund haben Sie immer gewusst. Das ist bei jedem guten Ingenieur. Wenn man ein Haus baut, alles tiptop in der Ordnung. Ja, aber... Wegen dem Wasser müssen wir aufbauen. Ja... Das kann plötzlich... Oder... Die Vorsicht, die Bescheidenheit, die Demut ist also bei den Politikern nicht zum Vorschein gekommen. Also, ein schönes Schlusswort von der heutigen Teleblocher-Seinigung zum Thema Gotthard und zum Auseinandersetzen, wo es keine gesinnt ist zwischen Ihrer Tochter und Ihnen. Die nächste Woche geht es weiter mit spannenden Themen. Teleblocher wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.